Neu im Programm ist das Patura Fingergatter. Das Fingergatter dient als Einwegetor und kann im Kuhstall in verschiedenen Breiten eingebaut werden. Das Patura Fingergatter besteht aus einzelnen Fingermodulen. Diese setzen sich zusammen aus den Fingerrohren, den T-Stücken und die Verbindungsschellen zum Trägergestell. Geschraubt wird das Fingergatter an Trägerpfosten, 90er Quadratpfosten, die über eine Montageplatte an das Trägergestell geschraubt werden. Um die Geräuschkulisse zu minimieren, wurden bei den Fingern Gummipuffer verbaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017